Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir die Ping Pong Cup Challenge. Und damit müssen wir einfach hier reinwerfen. Und dann gibt es einen Ton. Und Leute, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Okay Leute, erste Challenge ist die Tisch Pong Challenge. Felix fängt an. Er darf so oft aufkommen auf dem Tisch, wie er will. Und er muss halt dann am Ende, wie ihr seht, der Tisch klappt, der muss halt in den Cup da rein. Und was? Ganz, ganz close hier. Äh, Felix? Ja? Da rufen die Gopros. Okay, jetzt. Ich bin doch jetzt schon tot, zehn Jahre. Okay. Jetzt kommt ein Acht. Oh. Hehehe. Falls jetzt irgendwann Felix treiben sollte, dann... Ich hab schon dreimal getroffen, er ist einmal wieder rausgeflogen. Ja, jetzt. Die Richtung war schon mal richtig. Ich bin zu stark. War der Knopf? Ja, ein bisschen. Bisschen zu rechts. Und die Augen. Bisschen zu schmerzen. Bisschen zu stark schwirfen. Bisschen zu kleinen. Oh Gott. Oh Gott. Ey, kommst eins jetzt. Bisschen zu stark, Alter. Bisschen zu stark. Bisschen zu stark. Bisschen zu stark. Man kann ja nicht einfach reinfliegen. Genau mit der Flügel. Nochmal, warte, warte, noch einmal. Oh, okay Leute, unten rechts seht jetzt eingeblendet, wieviel Versuche wir gebraucht haben. Wir kommen zur zweiten Challenge. Okay Leute, zweite Challenge für den Herdwurm runter. Servus. Ja, genau. Oben steht mein großer Bruder. Und, Mama, hier gibt's meine Werfel. Überlaublich. Oder doch, ja. Okay. 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 Ob ich jetzt nicht im Weg von dir? Okay. Okay. Das ist so unzupend. Okay, in die Dauern musst du noch gehen. Nee, wir brauchen einfach wieder so lange wie gestern. Nee, nee. Der, weil, ich wissen wir ja schon. Ja, ich finde, wenn wir es gehen. Ach, shit. Scheiße. Ich muss doch das nicht fehlen, Leute. Ach, komm. Oh, boah, das war knapp. Kann man doch ständig wieder hinwischen. Ja, klar, Alter. Ah, die ist ein bisschen komischer aufgesteckt, oder? Deshalb ist es nicht so einfach, hier immer die Bälle zu holen. Ja, ja, das geht schon. Ich weiß nicht, ich hab's von der Mauer, ja. Warte. Nee, ich hab's nur, ich hab's ja schon angehört. Die da oben richtig komisch. Weil die gar nicht diese, diese, die, den Becher richtig, egal. Weil, schau mal, der Balken ist so mega rinder, egal. Da kann man uns jetzt nicht... Die ist immer viel zu heiß, steht da. Ja, der kann man uns ändern, ist da nicht. Ja, egal. Das geht schon. Echt? Ja. Einfach mit nem Kühlpack, äh, genau. Er kann zum... Äh, Spielentrend macht ja... Er werbt sein Handy mit, äh, so nem Kühler, gell? Das war nem Handkühler. Moment, er werbt ja sein Handy. Ja? So, warum kann er werbt ja sein Handy? Nein, nicht, ja, er kühlt es. Ja, ja. Ja, ja, das wird ja auch was da passieren. Genau wie wir draußen. Da hab ich die ganze Zeit dran angeben. Und hier rein. Und hier rein. Noch. Ey, Kino. Oh! Er hat er schon. Ich war einiger Mann zurück im Kampf. Oh, der war noch zu einem Treffer zu früh. Aber... Ich bin grad hier, schnell auf eins. Wach, 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 zack, zack, zack. Und dann sieht man schon, dass ich Profi bin. Die hatullin. Oh! Oh, er war eine. Na, doch… So. Dies kann nicht sein. Du fettes Fettenschwein. Der Moloch ist kaputt. Tritt wieder. Warum fehlt es mit seinem Knie? Hier beim Abwehr. Ach, der Moloch. Wie war der denn, Alter? Ja? Ja. Das geht gar nicht. Auf und nach links, ganz links auf dem Test. Okay. Das ist aber so gut. Ein bisschen einen Millimeter weit. Nein, nein, nein. Das ist ein Millimeter weit. Das ist ein Millimeter. Das ist Millimeter. Man geht ja hin. Oh Gott, das hat man recht. Eben laufen, ja. Die ist eh schon rausgegangen. Ja, die ist aber rot. Ja, schreit es einfach raus. Die ist hier oben halten, ne? Ja. Das ist ja auch noch. Ohohoho. Okay Leute, jetzt ziehen wir so eine Karte hier. Da sind so Aufgaben drauf, wo man mit diesem Recht auch hier machen kann. Ähm, und... Jeder hat noch zwei... Zwei, drei... Felix ist jetzt an, da zieht auch eine Karte. Hier, komm mal hin. So. 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 Okay, was hast du gezeigt? Was ist das? Ah, okay. Scharf, warte. Sehr gut. Okay, Leute, ich hab die Welle geholt. Auf der Karte ist es quasi so. Man muss es einfach so machen. Und dann einfach. Was ging's denn? Felix ist jetzt dran. Und ich würd's auch machen. Let's go. Mit dem Trick. Ich versteh nicht, was das sein soll, aber... Das ist ja mega schwer, Alter. Das ist ja mega abpackend. Ja. Ja. Okay, doch nicht so schwer. Lass mal gucken, ob die Kamera das sieht. Ja, war gut. Okay, Leute, ich... Okay. Warte, warte. Und... Ah, okay, okay. Ist auch ganz einfach eigentlich. Sieht man, ich überblende sie ein. Also, ihr seht jetzt, was ich machen muss. Okay. Ich nehm den Becher. So wie, äh... Vor allem der Statue. Von New York. Und ich muss halt einfach so nach oben und dann... Oh Gott, das ist okay. Sieht man? Ja. Aber auf der nicht. Aber egal, wie es geht. Warte, 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 warte. Vielleicht geht's mal. Wir müssen mal nochmal. Das ist voll schwer. Macht ihr teilte dir irgendwas so. Das ist echt schwer. Warum ist das so schwer? Auf dem Becher ist das nicht schön. Schwer. Nein. 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 Ja, okay. Ja. Ja. Aber klasse. Das zählt. Okay. Also, zieh eine Karte hier. Okay. So, und wird wieder eingeblendet. Ich sag, was wir machen müssen. Okay. Zeig dir. Kannst du mit dem... Hey, was? Ah, ne, okay. Leute, das geht jetzt zu dem Becher. Wo ist denn der Becher hier? Das gibt zu dem Becher eine... Eine... Ich sag mal nur so... Trichter. Wo man halt so auch... Tricks machen kann. Aber den habe ich nicht mehr. Dieses Teil ist eh schon zig Jahre alt. Das habe ich einfach gefunden und dachte, das ist ein geiles Video. Okay, aber dann zieh noch eine Karte. Ich zieh gerne noch eine Karte. Ja, okay. Ich muss gegen zwei Wände und dann... Ich gegen zwei Wände. Okay. Okay, Leute. Also, jetzt wird es spannend. Stellt mal hinten hin und ich geb mir die Beine wieder. Wo ist denn? Wo ist denn? Da hinten. Der andere. Da. Also... Etzer. Hey, Leute. Das ist ja mega schwer. Ich kann das nicht machen. So lange. Hä? Das ist bestimmt funktioniert. Der andere hat mir... Ja, okay. So geht es. Ja, okay. So geht es. Das ist jetzt. So geht es. Ohhhh. So kam mit, Alter. Ohhhh. Mit einem echten Shot, Alter. Ja. Leon macht jetzt die letzte Challenge. Dafür dürfen wir jetzt wieder eine Karte ziehen. Sag mal, welche du willst. Wie geht es dir denn? Ich zieh einfach eine. Okay, ich zieh für ihn eine. Die hier. Blende sie wieder ein. Gar nichts. Oder... Man kann sich nicht nur noch selber Sachen ausdenken. Okay, die ist Kacke. Können wir nicht machen. Ach komm, Junge. So viele Kackkarten. So. Mal ein. So. So. Mal eine leere Karte. Mach einfach eine. Ja, ich muss dir ja erstmal alle richten hier. Alle leeren für die raus. Also. Wir ziehen jetzt mal für die eine Karte. Ich würde sagen, wir nehmen die, oder? Zeigen sie mal ja. Springwurf. Du musst springen und werfen draußen. Läuft die? Was? Nein. Ja. Oh, der war scheiße. Oh, der war scheiße. Ich muss doch mal fertig. Schmeckt nicht unterziehen. Okay. Wo ist die Karte? Nein, hier noch. Alter. Der spricht echt. Ja, ja. Der sagt ja auch schon dein Name eigentlich. Ich spreche gut. Der kommt los. Das muss doch jetzt mal gehen, Alter. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Da stehen dann wieder 30 Frauen im Jahre dran. Oh Gott. Ach Gott. Das ist doch auch so. Okay. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Der hat schon. Kommt doch. Oh Mann. Man denkt immer, dass die so perfekt sind, ja? Und da? Aber irgendwann wird dann noch einer kommen, der perfekt rein und blöd ist. dann müssen wir noch mal deinen Bruder holen, wenn der sein Lässe ich mal die T-Shirt anziehen will Leute, jetzt gleich Das war's von dem Video, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben Abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns Ihr könnt das ganz einfach nachmachen, indem ihr euch einfach einen Dächer holt Es muss nicht so ein Ding sein, unten auf Amazon verlinkt, wenn ihr es haben wollt Tennisball 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 Bis zum nächsten Mal.